Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem neuen Bruder, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Fischfleisch, heute zu zweit mit mir und meiner Katze, weil sie gerade ins Zimmer gekommen ist. So, ich habe heute ein bisschen was gemacht, meine Katze will auch was sagen. Boah, dieses Stück! Aufgeschloss. Kannst du sie? Nein. Ich glaube, ich werde erst mal auf meinem Schoß sitzen. Ich bin erst mal auf dem Server gejoint und sterbe fast in den Never Breaks, die Coolsurfer hier überall platziert hat. All seine Schafe sind halt gestorben. Ja, sein Pech, ich habe die nicht getötet. Ich habe sie nur nicht wieder vom Schiff runter geholt. So. Wo wir gerade von den Schafen reden, heute in der Folge werde ich einen tollen Friedhof, den er angelegt hat, besuchen. Eierstunden, die muss ich auch noch mal ankommen. Hä? Da hat mir so ein Schild aufgestellt, weil er jetzt einen geheimen Keller hat anscheinend, wo der ist. Äh, nur mal so, das ist mein Keller. Äh, also mein Keller. Ich habe, äh, das ist mein neuer Keller. Oh, GG. Und ich fand, ich fand das für den Wesen. Warum bin ich bei ihm das Eierstunden? Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, halt. Also, ich wollte dir halt, weil ich habe einen neuen Keller gebaut, einen ziemlich dreckoffensichtlichen. Übrigens, wie ich gesehen habe, hast du meinen Keller gefunden. Ja, leider hast du das schon bemerkt, Junge. Die ganze letzte Haufnahme. Die Hebel sind weg. Entweder es war Junge oder du warst. Wo ich mal eher denke, er, er wusste ja, wo mein Keller ist, also er soll es eigentlich entfernt haben. Äh, ja. Okay, er hat auch meinen, ähm, entschadenen Teile gefunden. Übrigens, ein paar der Schilder, die da stehen sind von mir, und zwar ich hatte ein paar Schilder über. Und ein paar Schilder sind von ihm. Ja, toll. Ich muss erstmal das ganze Neverbrick wegmachen. Vor allem habe ich kein Eisen mehr und muss jetzt meine Dia-Spitzhacke benutzen. Kennst du das? Ich benutze immer meine Dia-Spitzhacke. Stimmt, apropos. Ah, hier, ich hab... Hey, rad, wie viele Dia's ich hab. Ich hab nicht irgendwie auf Screen gefarmt. Ein Stack? Äh, warte, ich... Ich hab halt gar keinen. Ich muss bald mal wieder Farm gehen. Ich hab nicht mal mehr einen. Kannst auch welche bei mir eintauschen für Dienstleistungen. Pff, genau. Ich hab 41. Erst mir die ganzen Schilder wegbauen. Übrigens, was du das oder Cool Stuff hat, der geschrieben hat, der mein Enchantment-Table gefunden hat. Der nicht wirklich... Der war halt auch nicht wirklich versteckt. Ich hab ihn aber hinter der Wand. Ja, ich wollt erst da irgendwie ein Versteck machen, aber... Dann hab ich eben deinen Keller. Du hast gesagt, ich soll dein Zeug nicht aufgraben, also hab ich's trotzdem gemacht. Mit der Silik-Spitzhacke, die ich hab. So, die ganzen Schilder, die ich hier finde, die kriegt der Cool Surfer schön in seine Base. Ich brauch ihn nicht. Okay. Du kannst gerne meine Schilder wegbauen, das ist natürlich egal. So. Und er hat mir gesagt... Oh. Ich wollt grad sagen, dass meine Kühe weg sind. Aber dazu muss ich ja auch erst mal ne Wand wegbauen. Hä, die sind noch da. Damit meint er wohl nur, dass er da auch ne Wand hingebaut hat. Warte kurz, da ist ein riesiger Steinpenis mit dem Mann da in der Base hin. Was ist? Ah ja, stimmt. Der hat auch deine Base und das zugebaut. Ach, ich bin in meiner Base gespawnt. Was denkst du, hab ich bisher die ganze Folge gemacht? So, zeig mal her, was steht hier alles. Oh, der fuck, wo kommt diese Decke her? Die hat auch er gebaut. Warum? Weil er wirklich saufig war, dass seine Schafe tot sind. Ja, hätte er sie wieder vom Schiff runterholen müssen. Vor allem schadet mit diesem Decke. Jetzt können wir heute wieder ein Event machen, aber nur wenn du willst. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir nur zu zweit zocken. Wär okay eigentlich, ich mach immer einen ganz kleinen Preis. Oh, dann können wir machen, aber ich würd sagen, in der zweiten Folge, die ich aufnehme, ich nehm ja zwei auf. Übrigens, du musst ja was öfter, ähm, Fleischfisch aufnehmen, ich guck die Folgen gerne für die Witzig. Fischfleisch. Ja, ich hab noch einige drin, diese Woche kommen noch mindestens drei weitere. Gut, meine Presse, ich mag die wirklich. Ich find die wirklich witzig. Äh, wo hat er denn seinen Friedhof hingebaut, weißt du das? Ähm, ja, ich weiß es. Übrig, halt ist auch wieder eine Frage, was soll ich als... Warte mal, du hast keinen Diamanten, richtig? Genau. Und keine Ahnung. Weißt du, was ich auch noch dazu füge? Weil, ja, ich möchte ja nicht, dass wir hier an Armut sterben. Äh, wo hat er denn das? Nein, wer kennt das nie? Ich hab, ich hab, ich bin ja auch bei mir ja hier, ich hab auch keinen Diamanten. Eigentlich, eigentlich, ja, ich lebe an der Armutsgrenze. Ich hab auch keine Rüstung an, wer es glaubt oder nicht. Boah. Ich hab nur so Papierrüstungen, die sich Hemden nennen. Ich muss grad kurz applaudieren. Und ich hab auch noch so ein bisschen Papierteile, wo ne Zahl draufsteht. So eine 5 mit 30 Nullen. Ich mach natürlich ne Spaß hier. Ich muss halt, ich muss wie gesagt... Deine Katze nagt wieder meinen Kabel. Ich will kurz hier was anmerken. Cool, Staff hat mir ja gesagt, er hat nen geheimen Keller gebaut. Was mach ich? Ich geh in seine Base. Oh, da ist ne Öffnung. Oh, da ist sein geheimer Keller. Weil ich nen geheimen Keller meinst hab. Der ist nicht mal wirklich geheim, der wo er Gras anpflanzt. Ach, da. Ach, da, wo er mal Ruhada macht. Ja. Wo ist denn der? Übrigens, meinen Keller verkaule ich auch noch. Also, ja. Das wird witzig. Mach vielleicht diese Folge noch oder später. Aber trotzdem. Ich glaub, ich hab was... Ja, hier ist der Friedhof. Ich will nur noch... Ey, genau hier, wo ich das ganze Dirt gefarmt hab für den Troll. Harald. Harald. Gunder. Gunder. Ludwig de Capri Sonne. Alles klar. Susannine. Und Mau Mau Johnson. Was? Gisela. Pizza Joey AKPJ. Ähm, Gisela. Pizza Joey AKPJ. Neptun und Amadeus. Da waren aber mehr. Da waren mehr Schafe. Mal gucken. Erdkanonen. Ist die Flut immer noch da? Nein, nein, die Flut weg immer. Au. Ich bin tot. Weißt du was? Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Geh da mal kurz weg. Geh mal kurz von Traptor aus weg. Warum? Ich platziere jetzt richtig. Das nervt mich. Ich hab sie aufgemacht. Jump Ranking. Alter. Dann platziere dir eine Leiter da wieder hin. Hey, ich hab keine weggemacht. Und deshalb solltest du sie bitte wieder hin platzieren. Jetzt hast du sie aufgehoben. Ja, ich weiß. Wohin denn? Dahin. Dahin. Was ich am besten bin ist das. Ich hab mal. Hey. Hui. Das ist super. Mal im Ernst. Ich seh nicht wo die Leitern fehlen. Das war hier eine Leiter. 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 Ach. Das ist aber da, damit du noch besser rauskommst. Ich seh nicht wo. Ich platziere die jetzt einfach. Zack. Beste Platzierung. Jo. Ich geh mal auf seinen Must. So, jetzt sieht es wie ein halbwegs gut aus. Ey. Ich mach jetzt was. Da rech ich mich jetzt mal ein bisschen. Was machst du? So. Achtung. Also ich ba... Ach, das ist ein riesigen Steinpenis. Nein, nein. Ich baue das ganz schnell rein. Nur wenn es unser Wald brennt ab. Das ist nicht witzig. Yeah, ich baue mich hier hoch. Setz dann hier ganz weit oben in der Luft nur Wasserquelle. Und baue dann die Blöcke wieder weg. Ah, okay. Das ist arschlich. Warte kurz. Ich will jetzt einen MLG machen. Jetzt glaube ich bin da mega gut drin geworden. Ach so. Aber ich hätte vielleicht meinen Wassereimer mitnehmen sollen. Ich hab gerade einen dabei. Ich geh jetzt mal wieder ganz runter. Stopp. Na ja, wenigstens hab ich ein bisschen Baumaterial durch den Tunnel. Ich glaub man sieht's hier in meinem Inventar. Oh, okay. Ich komme zurück. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich denk... Ey. Wow. Ach, hast du nen Schlagbogen? Junge, wie OP ist der verzaubert? Ich hab doch meine... Ich hab doch... Ich hab doch... Du weißt doch, dass ich da einen Schaden in Terrier drin hab. Jaaa. Aber der ist Konopi. Also hab ich auch ne Silksatz-Spitzhacke, ne Fortune-Spitzhacke. Ja cool. Ich bin ja so mit am schlechtesten equipped einfach. Naja, du hast wenigstens dir. Ich hab nie meine Verleise-Rüstung. Wow. Ich hab eigentlich... Das hat aber was mit Schönheiten. So, ich baue da mal Ami-Wert. Ich hab geboostet. Kratsch. So. Ich geh never. Whatever. Dann seh ich. Ähm, ist einer aus den Zuschauern? How I Met Your Mother-Fan? Hoffentlich nicht. Sonst werdet ihr von meinem Kanal geblockt. Du bist so wurscht. Ja, ey. Oh, hm, schade. Ich habe dich wohl aus Versehen geblockt. Wie kann denn so etwas passieren? Das ist eher ja schlimm. Oh, es macht mich richtig traurig. Uh, scheiße. Wie kann so etwas nur passieren? Ich verstehe es nicht. Ach, die Kommentaren blocken. Das habe ich auch mal gemacht, dass mich jemand beleidigt hat. Habe ich alle seine Kommentare überwischt. Oh, warte mal. Oh ja, das ist chillig. Übrigens, da. Das, was wir jetzt machen, ist übrigens wirklich cool. Hoffentlich. Also, ich habe ja mal einen Vorschlag für ein Event, das wir irgendwann mal machen können. Zack. Zack. Einfach so ein One-Hit-Battle sozusagen. Dass beide keine, dass immer zwei kämpfen. Beide haben keine Rüstung und einen Bogen auf Stärke. Oder ich mache halt einen Command-Battle. Oh, 360-No-Scope-Battle. So, das Event ist sogar schon fertig. Also, wenn du bereit bist, teleportier. Äh, nee, nee. Ich bin gerade im Never und suche die Festung. Oh. Warum? Weil ich Bock habe. Weil ich es kann. Und ich mache dann was in die Gewinnertruhe rein. So, da es eher ein kleineres Event ist, mache ich da jetzt nicht viel rein. Fünf Dias. So. Wäre für mich schon gut. So. Cool. Warte mal. Haben wir schon, ähm, ähm, River-Scalden-Köpfe? Nee, genau. Deswegen suche ich ja die Festung, aber ich finde sie nicht. Okay. Pack ich die ja nicht rein. So. Ah ja. Übrigens, der Verlierer in diesem Ding muss einen Markt bauen. Ich zeig dir gleich warum. Was? Ja, der Verlierer muss einen Markt bauen. Keine Sorge, ich gebe dir ein paar Materialien, falls du mir nicht baust. Ja, und das Hauptproblem, das ich da drin sehe, ist, äh, ich kann mich bauen. Dann mache ich es auf jeden Fall. Du kannst keinen Markt bauen. Ich kann allgemein nicht bauen. Junge. Ein Master-Bilders sagt was anderes. Den Master-Bilders, äh, äh, ja. So. Ja. Was ist mit Master-Bilders? Du kriegst ein paar Kekse. Master-Bilders zählt nicht. Ähm, soll ich meine Quip vorher ablegen? Natürlich. Alles andere ist Bullshit. So. Ja, du auch. Pack ich doch. Nein, nein. Ich meine, du bist Bullshit. Ach. Ich bin scheiße, oder was? Ja. Hast du aber fast. Ich muss erst mal. Dann kriegst du noch vier Eisenblöcke. Ich muss mir erst mal kurz, ähm, ne neue Truhe machen, weil meine Truhen sind voll und ich hab kein Holz. Oh, äh, äh, geil. Ich bin gut equipped. Ich meine, wer braucht schon? Ich bin gut equipped. Oh, elett's the speed of sound. Oh mein Gott. Ich hab ne Reha. Okay, ja. Was'n? Ja, ne Kekse ist ne ziemlich kranke Truhe. Auch wenn's eigentlich geht, die ist nicht so gut wie die letzte. Willst du wissen, was drin ist? Die letzte war ein bisschen arg krass. Ach, hier habe ich übrigens ein Ding. Ja, ja. Fünf Diamanten. Zehn Kekse. Dann der Grund, warum wir einen Markt bauen. Zwölf Wild Jaya. Und ein entscheidendes Buch. Luck of the Sea 3. Wow, Luck of the Sea. Ist geil. Alter, mit Luck of the Sea habe ich mal ein entscheidendes Buch herausgezogen. Ja, ich habe mal mit einem Chanting, ich habe mit einem Luck of the Sea 3 Angel. Rat mal, was ich da geangelt habe. Bei mir ist das Problem, ich bräuchte halt erst mal einen Amboss. Ganz bei mir Ambossen. Äh, ich bin schlau. Ich finde meine Workbench nicht, die einen Block neben mir steht. So. Alter. Wie soll das mit dem Einhorn sein? Frag mich nicht. Ich bin nur der hässliche. Was ist das? Es ist ein Kraftmann, wenn anders. Ich baue es jetzt um. Nein! Das ist mein Wahlrott. Das ist dein Wahlrott. Ja, äh, äh. Widersprich mir nicht. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin, dass das ein Wahlrott ist, aber... So, kannst du mich TP'n? Aber erst in der nächsten Folge gibt es das Event. Diese ist jetzt nämlich rum. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.